Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute wieder mit einem mega geilen Update. Wir sind nun in Version 4. Heute scheint zwar nicht die Sonne, aber ich habe gerade frisch geduscht. Ist doch auch was Schönes an dem Mittwoch-Update-Tag, oder? Leute, wir sehen uns heute gemeinsam mit Kaffee-Latte, Kaffee-Power, das neue Update an. Ich habe ein bisschen überflogen, habe noch nicht alles gesehen. Wir gucken uns das Ganze gemeinsam an. Was ich schon mal gesehen habe, ist zum Beispiel ein neuer Unterdimensions-Rush hat gestartet. Ist nichts Spezielles, denkt man sich, ach ja, aber eine wichtige Änderung, die meine Freundin Diana zum Beispiel mal hart getriggert hat. Du musst jetzt nicht mehr, zum Beispiel, wenn da steht, bei der Herausforderung, zwei blaue Kämpfer mitnehmen in den Kampf. Du musst dafür jetzt nicht mehr mit diesen zwei blauen Kämpfern gewinnen, sondern du nimmst einfach mal zwei blaue mit, kriegst aufs Maul, verlierst, hast die trotzdem abgeschlossen. Deswegen heißt es jetzt nicht mehr Herausforderung, sondern Prüfung. Geil. Ist schon mal mega nice, um den Ultradimensions-Rush ein bisschen einfacher zu machen. Finde ich gut. Senkai Erweckung von Vegeta und Vegeta ist wieder da. Wir sind weiterhin in den Frühlingsabenteuern, richtig. Bis 30.03. geht der ganze Bums noch an, also sammelt fleißig weiter. Kirschblütenzweige und die leckeren Süßigkeiten. Das Ganze jetzt aber nicht mehr bei dem einen Event, sondern bei Bojack bekommst du deine 7 Stunden Abenteuer. Mach das auf jeden Fall. Dann natürlich göttliches Territorium, die ganzen Events laufen immer weiter. Dann haben wir der Full Might, Beschwörung, läuft auch noch weiter. Dann haben wir Hoi-Poi-Münzen, die gibt es auch seit Montag. Gott, ich muss meine Haare aussehen, wenn sie nass sind. Seit Montag gibt es auch die Hoi-Poi-Münzen. Die könnt ihr wieder eintauschen, Missionen dafür machen, easy peasy. Dann zur Feier der 60 Millionen Spieler haben wir den neuen Goku und Vegeta bekommen. Diesen können wir immer stärker und stärker hochpushen. Und mit dem neuen Event, was heute gestartet hat, auch noch weiter hochpushen. Das gucken wir uns das Ganze natürlich noch an. Vollwärtsmarsch, Galaxie-Patrouille ist schon wieder da. Das Event erfülle ich halt überhaupt nicht. Aber wir bekommen immerhin dafür 300 Zeitkristalle. Also ja, wenn es euch so wie mir auf die Eier geht, spielt es trotzdem für 300 Zeitkristalle. Dann haben wir weiterhin die Dankesachen. Das interessiert uns erstmal nicht. Dann haben wir die Story. Hauptstory Teil 12, Kapitel 2 ist da. Das wird viele freuen. Denn viele Leute lieben die Story und es geht weiter. Das ist schon mal auch eine geile News. Dann haben wir die neuen Events. Kampf mit voller Kraft. Über die haben wir gestern im Dragon Ball Legends News Video sehr viel geredet. Schaut da gerne rein. Auch ich werde mir das Event mal in Ruhe angucken. Wird wahrscheinlich dazu auch mal in naher Zukunft ein YouTube Video geben. Bin doch gerade ein bisschen im Stress, da wir gerade noch immer umziehen. Also bis Ende April wird der ganze Bums noch laufen. Und dann werden wir hoffentlich in Ruhe ein neues Aufnahmesetup haben. Und ich kann auch in Ruhe wieder aufnehmen. Auf jeden Fall, ein bisschen stressig. Aber wir werden uns das in naher Zukunft angucken. Der neue Modus habe ich gestern, wie gesagt, sehr viel darüber geredet. Lest es euch in Ruhe durch. Oder guckt euch das Video von gestern an. Das News Video. Und da gibt es zwei. Kampf mit voller Kraft. Und zwar gegen Toppo Gott der Zerstörung. Wo ihr mit diesen Charakteren mehr Schaden verursacht. Und ihr bekommt natürlich Teile für Vegeta. Und dann gibt es noch das Chiren. Kampf mit voller Kraft Event. Auch hier diese Charaktere machen mehr Damage. Ja, auch der neue Ultra Goku. Und da bekommt ihr Teile für Son Goku. Um sie weiter auf 14 Sterne zu bringen. Dann haben wir wieder Shop-Angebote. Komplett für den Arsch. Dann haben wir einen neuen Banner. Ultra Rising Super Saiyajin Blue Son Goku. Leute, ja, es ist schon wieder ein Goku Charakter. Aber hey, es ist auch wieder mal ein cooler Ultra Charakter. In dem Step Up Banner sehen wir, man braucht insgesamt 3000 Zeitkristalle. Und genau das werden wir tun. Morgen am Donnerstag, am sogenannten Dönerstag, gibt es ein kleines Opening von mir. Wir werden einmal den Banner durchziehen komplett. Und beten, dass wir ihn ziehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Der ganze Banner ist wieder nicht so lange da. Ein bisschen länger als Gogeta immer. Aber auch nur bis 4.4. Also entscheidet euch in Ruhe erstmal, ob ihr öffnen wollt. Vielleicht guckt ihr euch mein Opening morgen erstmal in Ruhe an. Und dann könnt ihr immer noch aus dem neuen Banner ziehen. Und ja, wir haben natürlich nicht nur das, sondern auch vieles weiteres im neuen Update 4.000. Also wir haben ein riesen Update. Wir haben unter anderem den neuen Modus. Schon mal geil. Kann man schon mal ordentlich reinsuchten. Mit zwei verschiedenen Events. Dann haben wir, genau, tägliche Missionen werden komplett erneuert. Sie werden überarbeitet durch tägliche Stempel, die man sammeln muss. Bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Wenn ihr 14 Stempel hintereinander gesammelt habt, erhaltet ihr 1.000 Zeitkristalle. Mehr als doppelt so viel wie bei den vorigen täglichen Missionen in 14 Tagen. Geiler Scheiß. Noch mehr Free-to-Play-Zeitkristalle für alle. Ist natürlich der Oberhammer. Ich hasse nasse Haare. Ist natürlich der Oberhammer, Leute. Viele regen sich ja mal auf. In Dragon Ball Legends gibt es gefühlt die meiste In-Game-Währung kostenlos. Nicht nur als neuer Spieler, sondern auch ich als jemand, der heute den 1.410. Tag in Dragon Ball Legends feiert. Ja, ich spiele ein Spiel schon ein bisschen länger. Und ich kann nur sagen, es ist das Free-to-Play freundlichste Spiel, das ich kenne. Punkt. Selbst die Pull-Rates aus den Bannern, mega. Okay, das ist neu mit dem Stempeln. Dann gibt es genau, genau, genau. Du kannst dir jetzt nun einen Charakter aussuchen, der immer eingeblendet werden soll. Bei sonstiges Status und bei Favorit. Ihr alle werdet wahrscheinlich Charlotte als Favoriten drin haben. Das könnt ihr ändern. Vieles wurde überarbeitet. Viele Modi wurden überarbeitet. Ah, okay, okay. Man kriegt nun also früher Rangbelohnungen. Auch schön im Multiplayer. Im Teamkampf. Sehr wichtig. Und da freue ich mich den Arsch weg. Freue ich mir den Arsch weg. Ich und meine Freundin Diana zocken jeden Tag abends die drei Teamkämpfe, die man machen muss pro Tag. Für die mehr Belohnungen. Und ich muss sie immer nach jedem Kampf neu einladen. Ab heute muss ich das nicht mehr. Sondern man kann jetzt bis zu zehnmal auf Revanche drücken. Und das ist geil. Nicht nur beim Teamkampf, sondern auch beim Raid-Boss. Das ist so eine schöne Erleichterung. Unter Dimensions-Rush habe ich schon gesagt. Da ist jetzt das Ganze so nicht mehr, es sind nicht mehr Herausforderungen, sondern Prüfungen. Ein bisschen die UI wurde überarbeitet. Das sieht man auf jeden Fall. Fehler wurden behoben. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Was ihr zum Beispiel seht, wenn ihr auf Missionen geht. Das hat sich gereimt. Rabbit der Rapper. Ihr seht nun, dass das Ganze so ein bisschen mit so einem Rechteck umkranzt ist, das man ein bisschen besser sieht. Naja, haut mich jetzt nicht so um. Stempel sammeln, wie gesagt, ist jetzt auch da. Zack, Stempel sammeln. Und ihr müsst insgesamt 14 Stempeln sammeln. Ich kann jetzt noch keinen sammeln. Wahrscheinlich beginnt das Ganze dann ab morgen mit den Stempeln. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr über Stempeln. Finde ich besser als die täglichen Missionen mit den Zeitkristallen. Muss man so sagen. Und auch hier gibt es das Neue, wie ihr seht. Man bekommt hier unten so... Was heißt denn? Nein, der wird verdrückt. Man bekommt da so eigenartige neue Items. Auch da, die auch bei den Stempeln drin. Ah, ah. Ich fallte. Okay. Ihr müsst die täglichen Missionen abschließen, um euren Stempel zu holen. Mann, bin ich blöd. Aber wie gesagt, wir gucken uns das Ganze gerade gemeinsam mit einem Kaffee Latte an. Ihr müsst die täglichen Missionen abschließen, um euch einen Stempel zu holen. Jetzt habe ich es. Und bei 14 Stempeln, 1000 Zeitkristalle. Geiler Scheiß, Leute. Da freue ich mich schon. Shop-Angebote, wie gesagt, sind meistens für den Arsch. Ich gucke da schon gar nicht mehr rein, weil es immer so teuer ist. Ja, Angebot wie immer. 1000 Zeitkristalle, 8 Euro. Leute, ich habe seit Monaten keinen Cent in Dragon Ball Legends ausgegeben. Wir haben trotzdem geile Openings und so weiter. Also ihr könnt das Spiel weiterhin Free-to-Play spielen. Scheißt auf die Shop-Angebote. Und hier haben wir den neuen Ultra-Rising-Banner. Wenn wir es schaffen, morgen zufällig Ultra-Songoku zu ziehen, bekommen wir 2000 Teile. Das ist geil. Und es gibt eine tägliche 20-Zeit-Kristall-Ziehung. Die machen wir jetzt instant. Vielleicht ziehen wir mit 20 Zeitkristallen. Jetzt hier im Update-Video. Ultra-Goku. Oder auch nicht. Die Chance wäre da. Leider war es noch nicht Hero. Aber hey, es hätte passieren können. Es hätte passieren können, Leute. Oh, ihr habt doch gesehen, die Animation ist auch neu für die Münzen-Umwandlung. Auf jeden Fall. Wenn ihr nicht aus diesem Banner ziehen wollt, was ich verstehen kann, dann bitte macht jetzt 18 Tage lang 20 Zeitkristalle in den Banner. Was ich auch empfehlen kann, ist noch die 19 Tage 20 Zeitkristalle im Chiron-Banner zu machen. Warum? Chiron ist extrem mega stark. Beerus genauso. Ihr braucht sie für verschiedene Events. Auch wenn ihr sie meistens nicht ziehen werdet. Fünf Kapseln Super Saiyajin. Auch wenn ihr sie sehr unwahrscheinlich zieht. Es ist trotzdem eine arschgeile Nummer. Ich hoffe, ihr hört übrigens die Kettensäge nicht im Hintergrund. Ich hoffe, ihr zieht daraus geile Sparkings, wollte ich sagen. Wir haben leider nur einen Extreme. Schade. Ein Groan, immerhin. Sehr schön. Leute, übrigens, an einer kurzen Werbung für meinen Zweitkanal. Am 20.03. Diesen Sonntag. Ab 14 Uhr am Nachmittag. 100 Booster Opening vom Dragon Ball Supercard Game. Ich habe das Display gerade nicht hier. Heute kommt auch noch ein Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Auf meinem Zweitkanal. Leute, seid dabei. Diesen Sonntag 100 Booster. Wir jagen den neuen Vegeta, Secret Rare und God Rare. Und wir haben Ultra Instinct Goku dabei. Und so weiter und so weiter. Schaut da unbedingt rein. Es lohnt sich. Dann täglich sonst kann ich euch nichts empfehlen. Wie gesagt, die Zenkai Erweckung ist zurückgekehrt von diesem Vegeta und diesem Vegeta. Also du kannst täglich 20 Zeitkristall benutzen, um ihn weiter zu erhöhen. Musst du wie Zen. Bei Events ist jetzt links oben. Habe ich schon gesehen. Genau. Hier sind die zwei neuen Events. Und wie gesagt, jeden Tag bitte das hier abschließen. Nicht vergessen. Immer gegen Paaren hier mitmachen. Dann die Türme nicht vergessen. Auch nicht vergessen. Bitte täglich hier reingehen bei Vegeta. Einmal Freipass benutzen und euch 100 Teile holen. Das Ganze auch bei Son Goku ist ein bisschen einfach. Übrigens, die Türme sind auch nicht so schwer auf Level 100 zu kommen. Das schafft ihr auch easy im Autoplay. Macht das auf jeden Fall. Zack, zack. Hier überall abschließen. Perfekt. Haben wir wieder mehr Teile bekommen für unseren neuen Free-to-Play-Kämpfer. Zack, zack, zack. Oh, und sogar eine Grenze überwinden bei Goku. Sieben Sterne. Wunderschön. Nehmt man doch gerne mit. Ja, ich habe den Turm noch nicht durchgespielt. So oder so. Macht das jeden Tag. Und dann jetzt hier oben, wie gesagt, das auch neu. Das auch bitte täglich jetzt machen. Also ich habe arsch viel zu tun. Tuniederkraft und so weiter. Und hier oben sind es die neuen Events. Die kann man anscheinend auf Normal spielen und auf Schwerer. Uh. Ah. Da habe ich so Bock drauf. Ich bin so gespannt, wie das Ganze laufen wird. Das werden wir uns, wie gesagt, in einem Video angucken. Wenn ihr es schon gespielt habt, diesen neuen Kampf mit voller Kraft Modus, haut gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie findet ihr ihn bisher? Was sind eure Ersteindrücke aus dem Modus? Wie gesagt, wir werden uns das Ganze als Video angucken. Ähm. Ja. Holp-Holmünzen sammeln. Missionen machen. Story könnt ihr neu spielen, wie gesagt. Und der Dimensions-Rush-Event jetzt viel einfacher. Und der neue Banner ist da. Ich bin sehr überzeugt von meinem Update. Vor allem mit dieser Rematch-Funktion freue ich mich den Arsch weg. Ähm. Mit dem neuen Modus bin ich sehr gespannt. Neuer Ultra-Character. Wie gesagt, euch überlassen, ob ihr zieht oder nicht. 20 Zeitkristallen lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall ziehen und machen morgen ein Opening. Deshalb lasst schon mal ein kostenloses YouTube-Abo da, um das nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder im Opening. Wer jetzt mehr über den neuen Modus noch erfahren will, zur Sicherheit, könnt euch gerne das Video von gestern noch angucken. und vieles weiteres jetzt auf der Endcard. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Viel Spaß mit dem neuen Update. Ich werde jetzt mal meine Haare trocknen und dann werde ich aus dem Banner ziehen und euch morgen das Video vorbereiten. Hau da rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.